Yo, hey Leute, hier wieder JustAD am Start und zwar mit einem neuen Podcast-Teil. Und ja, Freunde, ich bin wirklich, wirklich super begeistert über diese ganze Rückmeldung, die ich kriege. Ich sage, ich muss nicht jedes Mal sagen, aber es ist halt wirklich cool. Direkt zu Beginn sage ich hier an der Stelle nochmal, Freunde, ihr könnt mir am meisten helfen, wenn ihr wirklich mir mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar so ein bisschen zeigt, dass es euch gefällt oder was man da für Verbesserungsvorschläge hat und so. Nur, dass ihr es wisst, dieses Mikro wird wahrscheinlich in dieser Aufnahme das letzte Mal benutzt werden, weil ich schon ein neues, ey, ist schon unterwegs. Und extra für Interviews quasi, also das ist ein Ansteck-Mikro, was ich dann habe und dann auch mein Sphealing-Partner hat, wird auf jeden Fall ziemlich nice werden, bin ich mir sicher. Und Freunde, heute geht es um eine Thematik und zwar geht es heute um einen Privatserver namens Elefor. Es geht um Hürden, größere Hürden, die man so bei kleineren Servern vielleicht hat. Und was so insgesamt der Hauptgrund war für Sigurds Untergang, was der letzten Endes eigentlich, der Untergang von Sigurd war ja quasi der Aufstieg der P-Server, würde ich mal so sagen. Aber das mache ich nicht alleine und zwar habe ich hier, warte, da, 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 hier, mein süßer, guter Freund hier am Start. Halleluja, hallo. Hallo, Eddy. Ja, es ist schön, dass du da bist. Manuel, ich sage mal, wir sind ja privat. Ja, Manuel, wer bist du? Stell dich mal gerne vor. Ja, ich bin Swiss Mosca, Manuel, Manu, wie auch immer man mich nennt und so weit kennt. Und ja, ich kenne Eddy jetzt schon einige Jahre, haben uns auch ab und an mal gesehen. Uns trennt leider ziemlich die Entfernung, deswegen das mit dem Ansteck-Mikro würde in unserem Fall leider nicht funktionieren. Aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut arrangiert. Ja, ich finde es sehr schön. Ich muss auch sagen, hier so in die Augen gerade zu gucken, ist was ganz Fölles. Das stimmt allerdings. Ja, aber es ist wirklich cool. Ja, genau, wie du sagst, wir kennen uns echt schon sehr, sehr lange. Wir haben uns quasi damals kennengelernt, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Eigentlich damals auf Merv, glaube ich, Silver Air war das. Müsste hinhauen. Da bist du als Tief unterwegs gewesen mit deinem Bruder und ich war Hunter. Und dann war ich am Gucken und eigentlich habe ich immer alle prinzipiell weggehauen. Aber dich habe ich erkannt, dass du nicht am Botten bist und deswegen haben wir dann angefangen zu schreiben und so. Und so kam es irgendwie dazu. Ja, ich glaube ja, wir waren in derselben Gilde und ich war tief und habe die ganze Gilde gegen mich aufgebracht, weil ich die Gildenmitglieder getieft habe. Und du warst ja schon immer extrem assi. Du warst extrem radikal. Ja, radikal. Ja, aber war witzig, was? Sonst gibt es zu mir eigentlich wirklich nicht viel zu sagen. Also, wie er die schon angesprochen hat und wie ihr es vielleicht auch hier in der Werbung seht, koste ich Elephor und schaue da ein bisschen nach dem Rechten. Soweit es halt geht. Die Zeit habe ich nicht. Ja, Elephor hat auch auf jeden Fall echt eine Geschichte für sich. Dazu kommen wir gleich. Ich habe aber vorab eines der wichtigsten Fragen überhaupt. Ja, das interessiert die Leute da draußen auch generell total. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in Silkwood zu leben, ja, und jetzt dann da so dein Leben aufzubauen, für welchen Charakter würdest du dich entscheiden, den du selber spielen wollen würdest? Egal ob China oder Europa, wer wärst du selbst am liebsten? Das ist ganz klar eigentlich, ähm... Levy. Natürlich, ja. Also, warst du jetzt mehr auf den Charakter vom... Alles im insgesamt... Weiblich, männlich... Oh, ich erkenne schon. Das Problem ist das. Also, ich spiele natürlich primär weibliche Charaktere, da das halt einfach für einen Mann normalerweise ansprechender ist, das dann anzuschauen. Äh, aber, ähm, ja, wenn ich jetzt so überlege, also ich würde, wenn ich, wenn jetzt Silkwood wirklich eine reelle Welt wäre, würde ich wahrscheinlich, äh, ja, so einen vernarrten Kerl darstellen, der mit einer Levy rumläuft und, äh... Ach, seh, männlich. ...rumschlägt. Mhm, wahrscheinlich, um ein paar Weiber klarzumachen. Nee, nicht mal so, eher da auf einem Esel zu sitzen. Ach, so für ein ganz gemütliches Leben. Äh, ja, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, boah, ich wäre ein Haafespieler. Ich wäre ein Haafespieler. Das kauft dir keiner ab. Aber glaub mir, damit kriegst du die, damit kriegst du alle ab, damit kriegst du alle klar. Stell mich mal langen, blonden Haaren vor mit einer Haafel. Ja, genau, TG würde schreiend davonlaufen. Ja, Teigegörl war ja auch schon mal ein Thema, oder? Wie würde ich damit vergraulen? Das stimmt, denn ich überlege es mir nochmal. Besser. Ähm, ja, also, ähm, Manuel, du hast ja gerade selber schon ein bisschen gesagt, äh, hier, du hostest, äh, Elefor. Äh, erzähl mal, wie, wie kam es zu Elefor? Äh, hä, 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 ich hatte damals so einen Kumpel. Ah, okay, okay. Also, ich sag mal so, ähm, ein paar Freunde haben sich da mal, äh, über WhatsApp was ausgeschnapst und, äh, über ein paar Ideen, äh, sind sie sich klar geworden. Und, äh, grundsätzlich waren sie der gleichen Meinung und, äh, unter anderem war Eddie auch einer davon, unter anderem mein Bruder. Und, äh, ja, schlussendlich ging's dann, äh, los. Ich hab ein bisschen rumprobiert, äh, mal da, mal dort. Äh, Silkwood Airstand wieder im Raum, um das wirklich, äh, wieder so zum Laufen zu bringen. Äh, sind dann allerdings schon in der Testphase recht zügig gescheitert, da das ein oder andere funktionieren wollte. Äh, ich glaub, der, äh, Special Goods Trade zum Beispiel, äh, wollte nicht starten oder solche Sachen. Also, ich glaub, jetzt wäre ich auf einem Stand, wo ich das vielleicht auch hinkriegen könnte, aber... Mhm. Du hast dich da ja, du hast dich ja komplett da, äh, reingearbeitet, ne? Du hast da null Vorerfahrung gehabt, oder? Also, ich hatte vor vier Jahren, glaub ich, schon mal so einen Gedanken, was zu machen. Ich hatte mal einen kleinen Server am Laufen, einfach nur privat, nur so, dass halt was gelaufen ist, und, äh, da hatte ich ein bisschen schon Vorerfahrung, aber wirklich den Rest, kann ich mal sagen, äh... Okay. Aber... Musste ich mir beibringen. Aber trotzdem hast du ja diese Vorerfahrung dir ja quasi selbst beigebracht. Also, das ist jetzt nicht so, dass du schon irgendwie so in dieser Thematik eigentlich so beruflich unterwegs bist, oder so? Nein. Ich hatte in der Schule ganz basismäßig ein bisschen, äh, Programmier-Sprache. Ich hab mich da nie wohl gefühlt, und, äh, ja, muss sagen, inzwischen macht das dann doch recht Spaß, wenn man auch Ergebnisse sieht. Ja, ja. Aber es gibt halt immer wieder Schwierigkeiten, wo man dann, äh, ja, auf, auf Wände fällt, oder, äh, auf Wände rennt, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja, das glaub ich. Ich glaub generell so, dass dieses Programmieren schon geil sein kann, weil man halt selbst was auf die Beine stellt, sag ich mal so, das, was man, das Endergebnis, was man am Ende sieht, ist ja durch, durch diese Arbeit entstanden. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr frustrierend sein muss. Also, ja, also, es kommt, kommt ganz auf die Thematik drauf an. Aber ich muss sagen, ich bin da der Community allgemein sehr, sehr dankbar. Also nicht der LFO Community, der natürlich auch, aber auch der Restlichen, äh, die, äh, da rumprogrammiert und Sachen zur Verfügung stellt, weil ohne wäre man da wirklich aufgeschmissen. Also, wenn man nicht in den Foren, äh, Sachen finden würde, da müsste man schon viel, viel tiefer in die Materie reingehen und Erfahrungen haben, um einfach gewisse Sachen dann, äh, selbst zu bauen. Ja. Aber so kann man dann immer adaptieren. Einmal da ein bisschen, dort ein bisschen, dann geht das schon. Okay. Also nutzt quasi so, äh, wahrscheinlich Elite-PPP oder sowas als Beispiel als Forum dafür, ne? Genau. Ja, nice. Ähm, ich weiß auch noch selbst, als ich auch noch damals mit Teil davon war, ich hab immer gesagt, ich hab null Ahnung vom Programmieren, überhaupt gar nicht. Aber tatsächlich war das auch so, wenn, wenn, wenn es irgendwas gab oder so, man konnte zumindest, ähm, sag ich mal, so Bruchstücke von irgendwelchen Leuten rausziehen und sich vielleicht davon, sag ich mal, die Lösungen sich dann erahnen, so, ne? Da konnte selbst ich einer, der nichts drauf hat, wenigstens irgendwas dir schicken. Lernen. Ja, boah, ich weiß auch noch, du hast mir Sachen gezeigt, ich hab, äh, wirklich, ich hab da, ich dachte immer so, okay, keine Ahnung, schon ausgeschaltet nach den ersten Worten. Ja, ich erinnere mich auch noch, da, das war echt krass, ich hab euch angestellt, mir Sachen zu suchen, weil ich einfach keine Zeit hatte, die zu suchen, weil ich ja andere Sachen machen musste, die ich schon kenne. Das ist so eine Endlosschleife, aber ein Thema, das ist einfach immer noch hängen geblieben und zwar das Marketing, das liegt mir ganz und gar nicht, das, äh, da scheitert es auch meistens, sag ich mal, daran. Und das Zweite ist natürlich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, Social Engineering oder die ganze Kommunikation mit der Community, äh, und das alles irgendwie zusammen zu halten, da bin ich auch nicht so. Also, ich bin gern für die Technik da, ich stelle den Server zur Verfügung, die Leute können da spielen, sollten sich, wenn möglich, an die Regeln halten, aber, ähm, auch das ist so eine Sache für sich und, äh, im Endeffekt, es läuft und er läuft weiter und ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren, oder? Ja, also, wenn ich jetzt überlege, warte mal, hm, ich, damals, ich überlege jetzt gerade mal ganz grob, drei Jahre, also drei Jahre, doch, drei Jahre kommt hin. Ja, heuer im Herbst müssten es drei Jahre werden und um die Jahreszeit rum habe ich, glaube, mit der Beta-Phase begonnen, wo die ersten Spieler schon richtig gehypt drauf waren. Ja, da gibt es sogar noch Videos von, äh, auf YouTube, äh, die ich damals mit aufgenommen habe. Ja, aber das, die, die beste Entscheidung war doch die, irgendwann, äh, um den, Ende August, glaube ich, war das. Das wäre andere? Auf den anderen. Ich, 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 ich habe jetzt andere Fals, ich, ich, ich eröffne den Server jetzt offiziell, ich habe die Login-Seite fertig. Ich, äh, wirklich, ich habe echt damals gedacht, so, wie, warte, wir hatten noch einen Server am Laufen, der war auch super, war auch cool, war sehr interessant, weil der hatte Drop und Tokens, also der hatte beides. Der war echt cool. Und auf einmal, ich habe schon wieder alles ganz neu gemacht. Was? Erstens, wann? Wie? Warum? Was, was für neue ist das? Also, es war krass, aber am Ende hast du es echt gut gemacht, ne? Also, für, für das, was, ähm, wir eigentlich uns gewünscht haben, hast du da eigentlich alles reingebracht, so, ne? Also, das Ziel habe ich erreicht. Der Server läuft, der läuft recht stabil. Die Leute, die drauf spielen, haben Freude dran und, äh, ich würde nur selber ein bisschen mehr Zeit haben, drauf rumzuspielen. Aber aktuell habe ich ein Problem, da komme ich einfach nicht drauf, was das, äh, auslöst und probiere alle möglichen Varianten. Was für ein Problem? Wir lösen jetzt, wir lösen jetzt ein Problem. Was für ein Problem hast du? Ja, ich glaube eher, da wirst du mir nicht helfen können, aber einer aus deiner Community kann dir da sicherlich helfen. Äh, und zwar ist das Problem, die, ähm, ich, ich sage es jetzt mal in Laien-Sprache, weil ich selbst da die technischen Hintergründe nicht genau kenne und die Zahlen auch nicht genau kenne, aber ich habe mich da halt ein bisschen schlau gemacht, und zwar auf einem, ähm, Server, sage ich mal jetzt, äh, wo die verschiedenen Welten drauflaufen, zum Beispiel jetzt, äh, Yangan-Region, äh, Donhain-Region und Rotan-Region, äh, der kann bis zu 50.000 Monster oder, sag ich mal, Items laden und, äh, laufen lassen. Mhm. Und da ich, da wir jetzt das, äh, den zehnte Degree gestartet haben, äh, äh, sind das hier auf alle Fälle an dem Punkt, wo die Anzahl erreicht ist, äh, mit dem Standort-Spawn. Ich musste schon die, äh, Spawn-Rate für Rock und, äh, die Tomp reduzieren, dass das aber trotzdem läuft und man den spielen kann. Und das würde ich eben fixen, das heißt, die, die Mob-Anzahl in der Cave und Rock natürlich wieder erhöhen. Und auch sonst wo die Mob-Anzahl erhöhen, weil, wie du's weißt, äh, gibt's einfach Stellen, wo, äh, quasi keine Mobs rumlaufen und du die für die Quest ewigkeit brauchst. Dem entgegenzuwirken, wär's halt doch cool, da noch ein bisschen mehr Spawn reinzubringen. Und dafür müsste ich einen zweiten Server, äh, aufsetzen, der gibt mir aber aktuell eine, äh, strange Fehlermeldung. Einfach krass, krass, dass das so ist, weil, ähm, für mich ist das immer so gewesen, es gab die AP-Server, die haben eine erhöhte Spawn-Rate und haben aber einen CAD-120-Server oder sowas. Da, da läuft im Hintergrund, äh, meines Wissens zumindest nach ein, zwei oder sogar drei, äh, Game-Server. Also mit zwei Game-Server sollte eigentlich 110 ohne weiteres drin sein, auch mit erhöhter Mob-Anzahl. Ähm, aber die werden schon zwei oder drei Game-Server am Laufen haben. Davon kriegst du als Spieler nichts mit. Das, äh, läuft alles im Hintergrund. Ey, das ist crazy, ne? Kann man sich, also manchmal, man tockt halt so drauf, man denkt nicht. Und, und wenn jetzt so ein Unix spawnt, dann kommt ja auch Spawn noch dazu. Kann das dann den Server crashen, wenn du das nicht mit einkalkuliert hast? Genau. Das ist das Problem. Das habe ich jetzt mal die Anzahl, ähm, 1,5 erhöht wiederum. Und das war dann schon zu viel. Normal, es hat am Anfangs hat es funktioniert, die Spieler haben ganz normal gespielt. Dann auf einmal, äh, sind ein paar Traden gegangen und da, ja, 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 natürlicherweise Limit erreicht. Und dann die spawnen die Mobs, die spawnen und die spawnen sofort wieder. Und der Server probiert dann gleich wieder zu spawnen und dann sieht man einfach immer wieder so einen Mob kurz aufploppen und wieder weg. Aufploppen, wieder weg. Und wenn man ein eigenes Mob, zum Beispiel ein Pferd spawnt, wo man dann drauf sitzt, dann crasht man. Ja. Muss dann nochmal einloggen. Echt, äh, ja. Ja, das sind so, das sind echt Hürden, so, wo ich sage, dass das schon, schon sehr, es kann frustrierend sein. Und ich persönlich, ich hätte ganz persönlich, ich hätte halt Schiss, muss ich sagen, ne, wenn jemand seinen eigenen Server hat und man kommt an ein Hindernis, was wirklich gravierend ist. Und du findest keinen Weg, du weißt vielleicht sogar gar nicht, woran es liegt, da hätte ich persönlich echt immer Schiss. Ja, vielleicht herkacke ich mir meinen Server und am Ende, äh, ja, muss man nochmal alles zurücksetzen sollen. Ja, ich habe den schon öfters verkackt, von dem her. Äh, da erinnere ich mich an den Launch, ähm, eine Stunde später hat mir einer geschrieben, oder im Discord geschrieben, ja, er hatte jetzt halt einen, ähm, Max-Level-Charakter mit zig Milliarden an Gold und allen möglichen Items, auch Elftes-Degree-Items und Co. Ähm, und ja, da bin ich das erste Mal mit dem Thema Injekten in die, äh, oder Inject, oder wie man das auch immer sagt in Deutsch, äh, in Verbindung gekommen und, äh, ja, da hat man halt auch wieder dazugelernt, dass es da noch was gibt, was man dazwischen schalten muss, damit das, äh, besser funktioniert. Und da bin ich auch echt dankbar, dass dann immer die Leute da recht, äh, freundlich waren und mich darauf hingewiesen haben, wenn dann wirklich irgendwo ein Problem war, dass ich das auch dann angehen konnte. Konnten sich also quasi Leute da Items ercheaten, oder wie, also? Genau. Wir haben einfach den Server ein Kommando geschickt, dass der meinte, äh, äh, die haben irgendwas Spezielles erreicht und dementsprechend hat er an das Item zurückgegeben. Krass. Also, ich sag's mal so, ist schon geil, ne, das, das ist so, was man alles machen kann, also weil, wenn man das so überlegt, ich meine auch zu wissen, dass es sogar im offiziellen Serial auch Phasen gab, wo Leute solche Sachen herausgefunden haben und, äh, das genutzt haben, um zu cheaten und bis man erwischt wird, hast du die Sachen vielleicht längst schon weg, hast dir Gold da mitgemacht oder weiß ich nicht was. Und das kann so, egal, also da muss ein Rollback gemacht werden und das machen die ja nicht bei einem Einzelfall. Ne, das ist der, die, die Sache im Endeffekt, da, äh, muss man dann halt immer abschätzen, was, was ist jetzt die beste Reaktion darauf, weil, äh, klar, ich, ich bin nicht in der Lage, alles im Vorhinein, ähm, zu wissen und, äh, ich kenne mich auch zu wenig mit den ganzen Paketen und allem drum und dran aus, da muss ich jetzt erst einarbeiten, um der Community den längsten Wunsch des Padfilters endlich zu erfüllen. Ah, die wollen Padfilter? Ja. Ja, ja. Ja, mittlerweile gibt es ja noch ein paar Standards, so für die Leute, also Padfilter. Autosortierfunktion wird immer standardisierter, also die haben, es gibt ja diese Inventarsortierfunktion und so, auch so ein Standard geworden mittlerweile. Habt ihr bei Elefor eigentlich sowas, wenn Unique gekillt wird, so eine Anzeige, wenn sie viel Damage gemacht hat und so? Wird auch gefordert von Einzelnen, da komme ich dann sicherlich auch irgendwann ran, aber ich sage mal, ich habe meistens so im Frühjahr meine Phasen, wo ich richtig motiviert bin und richtig viel auch weiterbringe und danach im Sommer verläuft sich das Ganze, dann kommt im Herbst wieder eine kurze Phase und dann im Winter wieder nichts, also übliches Rohphasen meinerseits. Ne. Wobei ich so sagen muss, ein paar Sachen werden dann ja gewünscht und da muss man aber gucken, ne, will man doch dann da einfügen, wie zum Beispiel halt das mit den Unique Damage und so. Das ist für, das ist, so sage ich mal, so eine lustige Spielerei, aber es macht schon so ein bisschen, ist das eine unnötige Sache, die aber das dann nicht mehr ganz so Oldschool mäßig erscheinen lässt, ne. Also muss man sich echt überlegen, so will ich so eine kleine Spielerei, die nicht schlimm ist, aber vielleicht ein bisschen dieses Feeling nimmt. Ja, deswegen, ich bin auch eher dafür, dass ich jetzt am Client selbst nicht allzu viele Änderungen vornehme, dass man sozusagen, wenn man nur das Game genießt, voll und ganz im Oldschool-Feeling drin ist, aber eben dann die Sachen wie zum Beispiel der Damage, den könnte man ohne weiteres dann auch auf der Internetseite, wir haben ja so eine Art Rev6-Klon, wo einfach die wichtigsten Infos dargestellt werden und da kann man das dann auch einbauen, da sieht man einfach bei jedem Kill, wer wie viel Shareden gemacht hat, das wäre machbar und wird dann, sage ich mal, den normalen Spieler gar nicht stören und wenn man die Info haben will, dann geht man einfach dahin und schaut sie sich an. Ja, ja, wobei ich, ja, wobei ich echt sagen muss, das ist echt krass, dass ihr so eine Rev6 habt und so, aber wenn jemandem das so wichtig ist, ganz ehrlich, dann hat der andere Probleme. Das ist aber so, also die Motivation der Spieler, je nach dem, was sie machen oder was das, was sie sich als Ziel setzen. Das ist echt krass, was die alles riskieren und machen, um da dran zu kommen. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Und, ähm, also nun, du kennst ja jetzt mittlerweile deine Community ziemlich gut, ich bin ja schon sehr früh ausgestiegen, würde ich sagen, da hat sich ja bestimmt mittlerweile viel getan, ne? Und, ähm, ich glaube, du hast da deine Stamm-Community trotzdem, die eigentlich so seit gefühlt Beginn an da ist und sich was aufgebaut hat und so. Gibt es mittlerweile etwas, wo du sagst, okay, wir sind jetzt eine kleine, feste Community und so. Was ist die größte Hürde, die so ein kleiner Server hat, der eine kleine, feste Community hat? Also ich glaube, ne, es ist immer Potenzial da, dass ihr auch größer werdet und so weiter, ne? Also, das ist, denke ich, nie schade drum. Aber sagen wir mal, wenn, wenn ihr jetzt so einen kleineren Modus bleibt, was würdest du sagen, ist generell bisher und auch in Zukunft weiter so das größte Problem, die größte Hürde, die so ein kleiner Server hat? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal, die Symbiose zwischen, ähm, mir und der Community spielt da sicherlich eine große Rolle, weil, äh, klarerweise einerseits ist es mal die finanzielle Komponente, die jetzt, äh, mal mehr, mal weniger ins Gewicht fällt, äh, den überhaupt mal zu finanzieren. Ich muss sagen, er trägt sich recht gut selbst mit der kleinen Community, somit bin ich da ziemlich entlastet, bin da auch recht dankbar, äh, für, dass das, äh, so funktioniert. Aber klarerweise, ähm, wenn ich jetzt keinen neuen Content mehr bringe, dann merke ich schon, da, ähm, ähm, geht die, das Interesse langsam, aber stetig zurück und die gewissen gehen dann wieder weg. Aber dann, kaum habe ich das zehnte Degue angekündigt, äh, sind auf einmal wieder fünf Leute mehr auf dem Server, die davor einfach mit der Zeit lang gegangen sind, weil sie ihre Ziele erreicht hatten. Und, äh, ich denke, die, die größte Hürde ist effektiv, ähm, ähm, das Spielen an sich auf dem Server spannend zu halten. Und ich glaube, da ist der Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Server gar nicht so groß, weil, äh, äh, wenn auch der große Server, wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du alles hast, was machst du dann? Ja, ja. Noch mehr Traden? Was bringt dir das? Nichts. Im Endeffekt, der Reiz dran ist, dann wieder auf einem neuen Server anzufangen, äh, wo du wieder bei null starten kannst. Ja. Nur glaubst du, dass das so, also zum Beispiel mein Gefühl wäre jetzt, sag ich mal, so ein großer Server, der vielleicht mit seinen 500 Spielern gestartet hat. Und wenn der dann auf sowas runterbrechen würde, wie zum Beispiel 20 Spieler oder so, ich glaube... Der hat ein Problem, dann. Der hat ein Problem, glaube ich. Also, an sich könnte der ja genauso weiterlaufen wie, jetzt sag ich mal so Elevor, theoretisch könnte er genauso weiterlaufen wie Elevor, hat dann seine wenig Spieler und würde sich damit auch finanziert bekommen irgendwie. Aber ich glaube, vom Gefühl her ist das dann doch nochmal eine ganz andere Geschichte als ein Server, der rein prinzipiell einfach immer schon seine kleine feste Community hatte, weil... Welche... Welche 20 Spieler oder so bleiben denn auf einem Server, die... Der vorher 500 Spieler hatte? Das sind dann irgendwelche Randoms, die auch nicht so bezahlungswillig dann vielleicht sind und so weiter, ne? Weil bei dir die Community, die zahlt ja, weil sie sich sehr wohl fühlt auf deinem Server, weil da sich mittlerweile einfach das so... Es gehört zu denen, das ist deren so... Ja, wenn was, ich geh einfach auf Elevor. Wenn ich gerade nichts zu tun habe, ich zeig ein bisschen auf Elevor. So ist das. Ja. Ganz genau so ist das. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich, dass wir es doch geschafft haben, sag ich mal, die magische Grenze von zehn Spielern, sag ich mal, im Durchschnitt, Tagespeak gut zu übertreffen, aktuell sehr gut zu übertreffen. Und solange das so bleibt, sehe ich da gar keine Schwierigkeiten. Und auch wenn das mal nicht mehr so ist. Also irgendwann kommt dann die Lust schon wieder, das wieder was rein zu investieren an Zeit und vielleicht auch die ein oder andere Lösung für Probleme zu finden, die sich die Leute... Oder Sachen zu finden, die sich die Leute wünschen. Und dann geht das wieder von vorne los. Aber man muss halt dranbleiben. Und das fällt mir nicht immer sehr einfach. Aber du weißt eh, wie das ist mit Familie und Co. Also auch hier, eigentlich an dieser Stelle kann man auch sagen, dieser Podcast hier gerade, das war auch gerade ein einfach nur glücklicher Zufall, dass das zeitlich gepasst hat. Weil jemand anderes abgesprungen ist kurzfristig und verschoben hat auf nächste Woche. Aber an der Stelle danke dann an Manuel, dass er so kurzfristig einspringen konnte. Ja, ich schwitze immer noch. Aber ich auch, aber aus anderen Gründen. Ja, ich sehe. Wobei mir einer auffällt, das nervt mich, so meine Kamera fokussiert immer mein Mikro und ich muss das ausschalten, diesen Autofokus, weil der fokussiert das. Ich muss das vorher einstellen, dass er mich fokussiert hat. Das wird beim nächsten Mikro besser, wirst du sehen. Ja, mit dem nächsten Mikro habe ich das Problem nicht mehr. Und auch die Kamera wird erneuert. Das ist auch schon in Planung. Ja, dann mit 4K Auflösung. Nicht schlecht. Ja, gut, was man kann. Weil das ist so, ich schwöre es dir, ich kriege gutes Feedback und so weiter. Aber so Hauptkritikpunkt ist Soundqualität jetzt gewesen, ganz klar. Aber das ist mir auch sehr aufgefallen. Und die Kamera. Sonst alle so, voll cool, darauf habe ich gewartet. Eine Casting Couch, so ein bisschen wie den Schmuddel-Filmen ab 18 quasi. Aber für sich das schon. In zwei Jahren, Eddy sitzt in einer kleinen Kamera komplett ausgekleistert mit Schaumstoff, dass die Soundqualität ja gut ist. Weil das wirst du auch mit dem besseren Mikro wahrscheinlich nicht unbedingt hinkriegen, wenn du nicht noch irgendwie Schalldämpfer aufsteilst im Raum. Also ich habe tatsächlich da, wo mein Streamingplatz ist, das ist da hinten. Da habe ich tatsächlich die Wand verkleidet. Ein bisschen. Warte, ich kann es mal zeigen. Ja, ja, ich sehe. Ein bisschen schluckt es. Die Decke nicht vergessen. Generell ist das noch viel zu wenig. Ich müsste generell noch drum rum gehen. Ja, nee, mach einen Teppich an die Decke. Ja, ich weiß nicht was. Ich mache tatsächlich einfach eine Gummizelle. Nee, aber genau. Also ja, ich kann ich mir auch gut vorstellen. Wie würdest du denn das so beschreiben? Weil das war damals Hauptgrund, warum ich gegangen bin. Dieses mit toxischen Spielern. Das ist aber tatsächlich ein Thema. Das hat nicht Ele vorne. Das musste ich auch selber erst mal herausfinden und kennenlernen. Das ist so ein P-Server-Ding. Einfach generell. P-Server hat so eine kleine, so ein eigenes globales System, wo einfach wirklich die Spieler sind. Überall die selben. Ich muss sogar sagen, ein Ele vorne, was ja ein kleiner Server ist, zieht viel, also jetzt nennen es anders, zieht ganz andere Spieler an, die gar nicht in den großen Servern zu finden sind. Trotzdem überall gibt es natürlich seine, toxisch ist immer direkt so ein Stempel. Aber eigentlich gibt es halt immer Spieler, die so sind und Spieler, die so sind. Und das hast du auf allen Serverarten. Aber so ein Ele vor als kleiner Server zieht ganz andere Leute an. Das ist verrückt. Aber für mich war es halt tatsächlich damals ziemlich schwierig, weil ich finde das Community, das wir arbeiten mit der Community, finde ich richtig geil. Deswegen habe ich ja mir meinen eigenen Discord aufgebaut und das Ganze. Und ich liebe meine Community und ich finde das total cool, was sich da aufgebaut hat, weil das war schon immer mein Ding eigentlich. Aber trotzdem hat mir das damals mein Genick gebrochen auf Ele vor, dass ich da teilweise auch sehr persönlich drin hänge dann und mir das alles sehr zu Herzen nehme. Was würdest du da sagen? Wie hat sich das entwickelt? Jetzt gar nicht im Sinne von ist es toxischer geworden oder nicht. Darum geht es gar nicht. Sondern würdest du sagen, wie würdest du deine Community beschreiben? Einfach mal so insgesamt. Mit all seinen Facetten. Gut funktionierend. Mit leichten Hürden. Okay. Also ich denke, wie du es schon sagst, das ist ein besauerer Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach der Kurzlebigkeit geschuldet ist. Und durch die Kurzlebigkeit entsteht Neid. Und natürlicherweise auch der Ehrgeiz von gewissen Leuten ist einfach sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das führt dann schon ab und an mal zu Spannungen. Dann sind die logisch bei der kleinsten Kritik angepisst. Hast du das noch? Ich verstehe es auch. Ja, klar. Ich habe jeden Tag zu streiten mit den Leuten. Ja. Ich erwische dich bei Sachen, die eigentlich in der Regel drin stehen. Das darfst du nicht machen. Zum Beispiel jetzt als kleines Beispiel. Erst vor ein paar Tagen passiert. Unix-Dacken ist auf Prometheus, auf dem neuen Server bei Elephone. Nicht erlaubt, ne? Genau. Das darf man nicht. So, und jetzt definieren wir mal Unix-Dacken. Unix-Dacken würde für mich bedeuten, eigentlich nur dann, tatsächlich, also es gibt, ich merke schon, worauf du hinaus willst, für mich wäre Unix-Dacken aber nur dann, wenn du wirklich Kopf ausschalten kannst und nur noch angreifen musst, ohne dass das Unix angreifen kann. Nicht, also für mich ist nicht Unix-Dacken, so nach dem Motto, das Unix ist die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen, du musst schon ein bisschen Movement zeigen. Das nicht. Das gehört nicht dazu. Für mich tatsächlich dieses, du kannst einfach weggucken und klickst nur noch und Ende. Gut. Dann, äh, gibt's da jetzt drei Beispiele. Mhm. Natürlich, äh, passiert das laufend. Du kennst ja, in der, äh, Yangan Cave, äh, gibt's ja da die Räume mit den Unix. Ja. Wenn man das Unix da eine gewisse Stelle bringt, dann läuft das immer wieder zurück zum Spawnpunkt und wieder zu dir rein. Genau, genau, genau. Und wenn du genau die richtige Stelle erwisst, dann kannst du das angreifen, solange du willst, das läuft immer wieder hin und her. Wenn du genug range hast. Das attackiert dich nicht. Ja, genau. Es ist zwar nicht blockiert, aber es kann dich nicht angreifen. Ja. Boah, schwierig. Für mich, für mich klarer Stuck. Im Endeffekt, das Unix ist Stuck. Ey Leute. Es hängt fest, auch wenn es nicht physisch festhängt, aber es läuft hin und her. Schreibt das mal in die Kommentare, Freunde. Was würdet ihr sagen? Weil das ist echt, das ist ein Thema, das ist so schwierig. Das möchte ich gerne wissen. Boah, das möchte ich gerne wissen. Schreibt das in die Kommentare, was ihr finden würdet. Also du würdest sagen, das ist Stuck, ne? Hundertprozentig. Sobald sich das Unix nicht wehren kann, ist er Stuck. Genau. Dann Variante 2. Ja. Du kennst ja Tai Sui. Ja. Oder allgemein die Fortress Unix. Ja, ja, genau, genau. Die spawnt man natürlich im Fortress. Und da ist es ganz praktisch, man steht auf der Mauer. Und das Unix ist unten und läuft wild hin und her, weil es dich nicht angreifen kann. Die Unix haben keine Fernattacken an sich. Also die haben zwar schon Range-Attacken, die sie allerdings nur ausführen, wenn jemand in der Nähe steht. Mhm. Und da die alle auf der Mauer stehen, ja, kann das Unix nichts machen. Da habe ich auch schon recht früh definiert, dass da halt auch, ja, auch das Stuck ist. Es kann dich nicht attackieren. Ähm, hat sogar JGPT mal gefragt, was die unter Stuck versteht. Da kommt es eigentlich recht eindeutig raus auch. Also klar, es ist immer Interpretationsspielraum da. Und das ist echt bei allen Regeln so klar. Ja, ja. Und dann gibt es natürlicherweise das eindeutige Stacken. Mhm. Das eindeutige Stacken wäre dann die Stelle, wo das Unix dann hinkommt, wo es sich nicht mehr bewegen kann. Und solange du mit Range-Attacke drauf attackierst, kommt nicht mal ein Spawn. Dann ist es definitiv hartstuck. Also da gibt es dann wirklich nichts. Eigentlich, also wenn man das jetzt so betrachtet, ja. Du hast ja einen Server, wo es erlaubt ist und einen, wo es halt nicht erlaubt ist, ne. Wenn man es eigentlich so sieht, macht es eigentlich echt nur Sinn, dann zu sagen, nichts von all diesen Möglichkeiten ist erlaubt, ne. Also nichts von all diesen Stack-Varianten ist erlaubt, weil du hast ja dann echt das Problem. Ähm, du willst ja, also ich bin totaler Fan von Stacken. Bin ich komplett. Ich liebe es, weil, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt keine, ich kille nie Unix mit hohem Level. Dann, also ich kille nie hohe, ähm, als hohes Level. Low-Level Unix, mach ich nicht. Außer ich will jemanden irgendwie unterstützen und EXP gönnen oder sowas, ja. Aber ansonsten, ich bin jetzt keiner, der die so farmt. Ähm, ich hab immer Unix genutzt als Low-Level. Versuchen höhere Unix zu killen, um geile EXP zu machen oder geile Party oder so Aktionen. Und ich hab's zum Beispiel immer geliebt, zum Beispiel mit Level 52, grad D7, easy, stacken. Und die dann in einer Gruppe mit anderen D7er oder sogar noch lower und so. Wir alle attacken die und wir haben die gestackt. Und am Ende ist das so voll geil, boah, wir haben die gekillt und so. Auch wenn es ja insofern keine Arbeit ist, aber das Stacken war schon schwer genug. Die killt einen bis dahin schon ein paar Mal. Die könnte sich doch immer befreien. Und am Ende ist es halt, äh, doch sehr belohnend dann zu wissen, boah, wir haben's alle zusammen geschafft und so. Das hab ich immer geliebt doch. Aber deswegen ist es tatsächlich, muss ich sagen, entweder man erlaubt ist, dann ist gut oder man erlaubt es nicht und dann sollte man's komplett lassen, weil du gibst ja immer durch alle Varianten, die du grad genannt hast, immer den Range Chars, die Möglichkeit es zu machen und den Nahkampfleuten nimmst du die Möglichkeit. Ist ja so, das ist ja eigentlich bei fast jeder Variante oder bei jeder Variante. Nahkampf hat vergangen. Ja. Ist da Sache. Ja. Und da ich meistens Nahkampf spiele, liegt es nahe, dass ich die Regel geschaffen habe. Und deswegen gibt es diese Regeln und ihr habt sie einzuhalten. Ich bin der Admin. So in die Richtung geht's. Ja, aber ey, kann ich verstehen. Also tatsächlich würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, es macht halt Sinn, dann konsequent zu sein und so. Aber ey, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt oder ob ihr das selbst mal gemacht habt. Oder vielleicht wisst ihr ja gar nicht, was das ist, weil tatsächlich wissen es viele nicht, die so... Also es gibt echt immer die Leute, die sagen so, was, das geht? Ja, klar. Was? Unix? Was sind denn Unix? Selbstcancen? Hä? Ähm, ja. Ne, aber, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, ähm, sehr interessant. Also das ist auch bei einem kleineren Server auch immer noch, oder gerade auch jetzt nach dieser ganzen Zeit, ne, also nach echt vielen Jahren immer noch diese Situation gibt, wo Leute irgendwelche Regeln ausreizen wollen. Wenn du Diskussionen hast und sowas, alles und... Alltag, Alltag, egal mit welchen Regeln, also es, äh, wenn man sie nicht stellen würde, die Regeln, ich weiß nicht, wie der Server sich dann verhalten würde. Also wenn du wirklich einen Server offen hättest, ohne jegliche Regel, die Leute würden sich den Kopf einschlagen. Ja, äh, ja. Ja, und vor allem, also ich finde sowas wie Discord öffnet ja überhaupt erst diesen ganzen Spielraum. Ich finde Discord ist so schwierig, es ist so geil und so nützlich, aber es ist auch so eine Plattform für echt viel Mist. Ja, es, es bringt leider, sag ich mal, das Spiel ein bisschen mehr, einen Schritt näher in die Realität. Und das ist schon ein heftiges Problem, weil es dich dann halt auch verfolgt, wenn du gerade nicht online bist. Weil früher, ich weiß noch, ich habe mit dir nur Kontakt gehabt, als ich online war. Ansonsten nicht. Ähm, klar, irgendwann tauscht man sich aus und dann hat man die Nummer. Aber das machst du ja nur mit den Leuten, die du hören willst, sehen willst, mit denen du Kontakt haben möchtest. Hingegen im Discord hast du alles und jeden und da kriegst du alles mit, ob du willst oder nicht. Also, irgendwann klickst du drauf, irgendwann siehst du was und das kann dir dann wirklich, wie du schon erlebt hast, das Genick brechen. Ja, total. Ja, das ist auch etwas, was ich sage, so, ich, ähm, ich liebe dieses, ähm, ne, Stream und so, macht Spaß. Ich mag diesen Community-Kram und sowas, alles so, ne. Aber jetzt so einen eigenen P-Server, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Weil, also, meine Haupt, ähm, Art und Weise mit einer Community in Interaktion zu treten, ist eigentlich halt Stream. Und auch wenn ich sehr, sehr gerne so, also, ich liebe es, die Fragen zu beantworten, ne. Das mache ich ja auch über meinen Discord, das mache ich auf YouTube, das mache ich generell. Wenn ich in einem Forum mal unterwegs bin und irgendeine Frage sehe, die beantworten ist, nicht nur Silward-mäßig, sondern auch mein, äh, auch mein Job im beruflichen Leben. Da drückt der Pädagoge durch. Ja, wirklich, ist das so, da habe ich direkt das Bedürfnis, so, oh, ich will da irgendwie, keine Ahnung, eine Antwort bieten oder sonst was. Ich habe das immer schon gerne gemacht. Ähm, aber es war, ähm, es war halt schon wirklich sehr schwierig für mich. Und ich wüsste nicht, wie ich das heutzutage machen soll. Also, es gibt zum Beispiel ein paar Server. Es gibt, es gibt einen, äh, der hat einen eigenen Server am Laufen aktuell. Ähm, und der hat die Idee von einem neuen Server. Und da hat er gesagt, das wäre so cool, wenn er das mit mir machen könnte. Und ich kann ihm sagen, ich musste dem sagen, ganz ehrlich, kann ich nicht. Was soll ich denn machen? Was für eine Funktion habe ich? Weil ich kann nicht mehr dieses Community und Streaming, das verbinden, das ist so gefährlich. Weil du bist ja als Community Manager, nenne ich es jetzt mal, für die Fragen und so weiter der Leute zuständig. Da kannst du dir Zeit nehmen, du kannst eine Antwort diskutieren, kommunizieren mit deinen Leuten. Ähm, bis du die Antwort gibst, hast du Zeit. Das hast du bei Twitch zum Beispiel im Stream, hast du das nicht. Dann sitzen da die Leute, die fragen dich was und du musst die Antwort geben. Und gibst du sie nicht, wirkst so unprofessionell. Das ist, das ist Nummer eins. Und zweitens, was machst du, wenn du streamst? Du zockst. Das bedeutet, wenn du zockst, bist du Teil der Community. Aber du stehst über der Community, also das hast du im beruflichen Leben ja auch, wenn du eine Leitungsposition hast. Du bist Teil des Teams, aber du darfst nie vergessen, dass du auch irgendwo über dem Team stehst. Das hat auch seine gute Berechtigung, weil nur auf Augenhöhe ist schwierig, wenn du aber eine entscheidende Rolle hast. Wenn du eine Position hast, die etwas bestimmen muss oder entscheiden muss, kannst du nicht nur auf Augenhöhe. Da musst du auch mal sagen, ich weiß, ist blöd für dich, aber im Allgemeinen ist es tatsächlich sinnlich. So, da musst du halt auch mal der Blöde sein. Aber gehörst du zur Community, wenn du mitspielst? Schwierig. Also so richtig, ich meine, so richtig aktiv mitspielen. Also Stream beinhaltet ja schon stundenlanges gemeinsames Zocken mit der Community. Ja, wobei, das kommt jetzt ganz auf den Spielstil drauf an. Da bist du schon mehr mit drin, weil du das Gildenleben, sag ich mal, du lebst die Gilde. Ja, das war aber ein riesen Fehler. Und ich frage mich, wenn man davon ganz rauf zurückgehen würde, reicht das? Also vielleicht bei einem großen Server ja, aber bei einem kleinen Server kann ich mir vorstellen, dass auch dann du kaufst Items, du gehst in Interaktion mit Leuten. Bei einem großen Server geht das vielleicht unter so ein bisschen. Aber so ein kleiner Server, ich glaube, du wirst da trotzdem immer das Problem haben. Du bist immer an vorderster Front und an sehr, sehr leicht angreifbar, klarerweise. Weil der Vorwurf ist schnell im Raum, dass du dir Sachen ercheatest. Auch wenn das gar nicht notwendig ist, weil die Community so freundlich ist und dir eigentlich alles schenkt. Ja. Weil wenn ich mir jetzt einen Charakter machen würde und spielen würde auf dem Server inkognito, ich glaube, ich würde mit keinem in Konflikt geraten. Warum? Weil ich nicht ein spezifisches Ziel habe, das zu erreichen. Ich will nicht der Beste sein, der Schnellste sein. Ich will das nicht ums Verrecken erreichen. Und somit habe ich dann da auch keine Angriffsfläche an sich. Aber klarerweise, ich kann mir das nicht leisten. Erstens komme ich zeitlich nicht hin. Und zweitens, wenn ich das mache, dann kommt danach immer wieder davor, der ercheatet sich Sachen und schenkt die dann anderen Leuten weiter. Ja, ja. Das geht einfach nicht. Deswegen habe ich auch, sage ich mal, alle Game-Commands, die ausgeführt werden, auf der Webseite dargestellt. Da sieht man halt einfach immer, was passiert und was für Commands ich effektiv mache. Oder eben welche ich überhaupt nicht mache. Ja, ja, ja. Dass ich mal zwei Monate lang gar keinen einzigen Command eingegeben habe. Dann wird auch gemeckert. Ja, effektiv war es so. Also, man ist natürlich verantwortlich dafür, dass das Server läuft, dass die Regeln eingehalten werden. Aber ich kann mich da nicht rund um die Uhr kümmern. Und manchmal ist das echt krass. Ich stehe in der Nacht auf, schalte mal eben den Laptop ein, logge mich ein als Game und spawn mal kurz die ganzen Leute durch. Und wie die Leute nur darauf warten, dass ich mal zu einer Zeit nicht online bin. Also, die kennen ja meine Zeit, meinen Rhythmus irgendwo. Das sieht man ja an der Webseite. Und im Endeffekt, dann kaum bin ich weg, machen die die übelste Scheiße. Krass. Ich sag's dir ja. Ja. Aber da hast du dir ja tatsächlich, muss man sagen, mit deinem, mit dem zweiten Server ja auch wirklich eine riesen Aufgabe gegeben. Weil du da ja auch viel mehr Kontrolle machen musst. Ne? Ja. Ich habe zwar weniger Leute unter mir zu kontrollieren, was schon eine riesen Erleichterung ist. Viele Sachen konnte ich inzwischen automatisieren. Aber klar, die grundsätzliche Kontrolle würde mir obliegen. Ich habe die aber ziemlich den Leuten abgegeben, einfach mit den Meldungen, die die selbst machen können. Und ich dann einfach die Entscheidung treffe, ob das jetzt ein Strike wert ist oder nicht. Ja. Hast du noch irgendwelche Admins oder sowas? Ne. Also, du hättest deinen Account noch, könntest den verwenden, aber... Ey, lass uns das nochmal aufleben lassen. Du kannst dich nur einladen. Du kannst dich allerdings nur auf Pandora. Und genauso hat auch Rotspur oder wie man ihn auch sonst nennt, natürlich weiß ich auch Pandora. Genau. Auf Pandora noch den Game-Account, aber es steigt so gut wie nie ein. Weil, klar, was soll er dort machen? Also viel ist dort sowieso nicht los. Und da wären wir ja bei der nächsten großen Frage. Zahlt es sich aus, einen Server laufen zu lassen, wo ab und an mal ein oder zwei Leute drauf spielen? Ja, ja. Also, der Aufwand für mich ist jetzt relativ gering. Der läuft nebenher. Ich muss halt, wenn ich einen Badge mache oder so, einfach alles doppelt machen. Ich bin halt immer mit berücksichtigen. Aber ansonsten kostet es mich ja de facto nichts. Ja, ja. Aber, klar, da muss man von Anfang an mit der Einstellung reingehen. Ich habe einen Server, der läuft halt einfach, weil er laufen soll. Und jeder, der Bock hat, soll halt drauf zocken. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber der Server ist da. Genau. Und das war auch meine beste Antwort in den letzten Tagen. Einfach, ja. Wenn du die Regeln nicht magst, spiel auf dem anderen Server. Dann kannst du machen, was du willst. Das ist etwas, was mich persönlich zum Beispiel auch mal sehr, sehr, sehr getriggert hat. Dieses, ne, das Einmischen der Community. Verstehe ich. Aber wenn die Erwartungen oder die Vorstellungen so ganz anders sind als das, was man halt, also sag ich mal, warum man ja überhaupt den Server gestartet hat, finde ich dann immer so verrückt. Und, ne. Und, ne. Einfach schon das Hauptding mit den Botten. Das ist so, finde ich schon so. Es gibt doch tausende Botter-Server. Es gibt so viele Botter-Server. Nimm dir doch einen Server, wo du Botten da hast. Warum suchst du dir einen Non-Bot-Server raus? Ich verstehe es nicht. Weil du potenziell auf einem Non-Bot-Server mit Botten mehr erreicht, als ein anderer. Ja, aber guck mal, wenn man sich selbst einfach dem mal im Klaren ist, dann ist doch direkt klar, dass das eigentlich total traurig ist. Also man muss ja selbst nur einmal kurz für sich in sich gehen und mal überlegen, warum botte ich gerade auf einem Non-Bot-Server? Und dann muss ja einem klar sein, ja, weil ich damit halt krasser bin als die anderen, die nicht botten können. Und dann muss doch irgendwo der Moment kommen, wo man sich denkt, okay, es ist schon ein bisschen schlecht. Da erinnere ich mich immer noch an die einen oder anderen Bands, die wir früher durchgeführt haben. Ja. Der hängt da eine halbe Stunde im Gebäude drin und rennt hin und her und kommt nicht raus. Und behauptet, ich habe nicht gewonnen. Ich wollte gerade sagen, wenn dann die Ausreden kommt. Ich habe meinen kleinen Bruder spielen lassen oder was auch immer da alles kam. Ja, das war so lustig, wirklich die geilsten Sachen. Ja. Ja, das sind Zeiten, die prägen einen. Oh ja. Ja doch, ich habe da viel, viel daraus mitgenommen. Und überhaupt, das hat ja für mich den ganzen Start in diese Social-Media-Welt so geöffnet. Ich weiß nämlich noch damals, dass ich dann mit Elefor, also für die Leute, die es nicht wissen, also als ich dann, ich habe bei Elefor halt mitgemacht und dann irgendwann aufgehört, weil dieses Community-Ding einfach für mich irgendwann zu schwierig war und doch echt für mich doch zu nah ran ging. Wo ich gesagt habe, ich muss einen Cut machen, sonst bin ich nicht mehr glücklich. Und bin dann erstmal ganz zurückgetreten. Ich wollte aber super gerne streamen, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, ob dir das so ganz bewusst ist, wieso, weshalb. Es war nämlich so, ich wollte streamen, aber ich hatte das Gefühl, ich kann noch nicht. Weil, wenn ich streame, dann ja Silk Road. Und ich bin gerade aus eurem, oder aus unserem Projekt ausgetreten und dachte mir, jetzt einen anderen Server-Stream ist ja, ist genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Weil eigentlich wollte ich rausgehen aus Elefor, aber Elefor jetzt nicht irgendwie schaden. Ich wusste aber, dass viele Leute, die mir zuschauen, wenn ich jetzt sage, ich zocke jetzt woanders, dann sind die weg, so quasi. Sondern einfach nur, weil die zocken gerne mit dem, jemandem zusammen, der gerade streamt. Also das ist nicht auf mich bezogen, sondern einfach nur, weil ich streame. Und die finden es cool, da zu zocken, wo ich gerade streame. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich damals den Discord gegründet. An der Stelle auch nochmal Werbung kurz für meinen Discord. Also in der Videobeschreibung steht nochmal ein Link zu meinem Discord-Server. Es wird auch übrigens für, ich muss es so zeigen, für dich Manuel, auch ein Link von Elefor und so da drin sein. Da bräuchte ich nur so einen Einladungslink noch von dir. Genau, werde ich da rein posten. Aber auf jeden Fall, genau. Und dann habe ich meinen Discord gegründet. Und dann habe ich auch den Leuten gesagt, ich will was planen, ich will was auf die Beine stellen. Ich weiß nur noch nicht was genau und ich weiß noch nicht wann. Und habe auch erklärt sogar, dass ich das nicht machen kann wegen Elefor. Weil ich halt da noch das Gefühl habe, das wäre jetzt arschig so. Und dann habe ich ein paar Monate abgewartet. Ich denke zwei Monate, weil dann wurde so ein Server angekündigt, der mir sehr, sehr, sehr interessant vorkam. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Gibt es denn noch? Das war Merv tatsächlich. Der Server heißt Merv. Nach Elefor war der erste Server, auf den ich dann richtig gezockt habe. Merv? Ich glaube schon, ja. Ja, und ich glaube den gibt es noch. Nur halt da geht nichts mehr mittlerweile. Also da zocken denke ich noch so 50 Leute oder so. Aber, also, ich meine. Im Verhältnis. Ja, genau. Da geht nichts mehr. Aber eure zehn Leute sind glücklich. Die brauchen sich einfach. Und das ist ja gut so. Ja genau, das ist auch so. Ne, genau. Also beim Merv, das hat sich einfach alles dann auch anders entwickelt. Und das war tatsächlich ein Prozess bei mir, den ich auch verstehen musste. Alle Server, alle P-Server, die noch so gut wie möglich auch immer rüberkommen, die größte Community von Anfang an am Start haben, alle gehen irgendwann unter. Und das ist etwas, was ich tatsächlich, auch wenn es einzelne Fälle geben kann, wo es vielleicht sich... Nur Origin, nur Origin bleibt. Nur, das ist verrückt, ne. Nur Origin hält sich... Ich verstehe das nicht, aber ist ja gut. Genau, selbst wenn die mittlerweile auch schon viel einbüßen mussten. Aber wenn ich auch überlege, was die alles machen gegen ihre Community, aber trotzdem so viele haben. Also es ist Wahnsinn. Andere Server-Battle und Community und suchen da noch entgegen zu kommen. Hier noch eine Payment Wall und da noch dies und jenes. Origin hat sich damals einfach so gedacht. Ja, sie nehmen einfach komplett die ganze Payment Wall raus. Man kann nur noch über Krypto bezahlen. Die haben sicher, ich sage mal, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben das Richtige gemacht. Weil zu der Zeit hat es einfach keine derart qualitativ hochwertigen Server gegeben. Ja. Und die haben sich so eine Stammspielerschaft aufgebaut, dass die sich einfach das auch leisten können, aggressiv Werbung zu machen und sich auch gewisse Vorteile rausnehmen können, wann sie wollen. Was meinst du, wie viel Geld die gemacht haben? Also die können sich ja marketingmäßig alles leisten, haben ja auch Werbung ohne Ende auf jeder Seite, so diese, egal welche Seite, Top 100er-Seiten oder so. Also wenn man will, dann kann man mit so einem Server schon massig Geld verdienen. Aber klar, es kommt immer auch auf die Hintergedanken darauf an. Also wenn jemand bösartige Gedanken hat, dann kann er auch recht großen Schaden anrichten. Ja, ja. Und wenn man dann überlegt... Entschuldigung, ja? Die Motivation, Geld auszugeben, die ist einfach da. Die hatte ich früher selbst und das war mitunter ein Grund, warum ich einen Privatserver gemacht habe. Weil im Endeffekt, ich spiele recht periodisch. Ich fange dann meistens meinen Charakter an und spiele dann ein paar Monate und danach ist wieder ein Blackout und nichts mehr und wieder ein bisschen da, ein bisschen dort. Und in meiner Zeit habe ich mindestens 3000 Euro, habe ich hundertprozentig in den verschiedensten Servern verbunkert. Naja. So spare ich mir das halt. Aber es geht halt kontinuierlich fix aus. Also auch wenn ich jetzt zehn Jahre lang keins roh spielen würde, würde ich meine Kosten trotzdem haben und auf denen sitzen bleiben, wenn ich mich nicht um den Server kümmere. Also ein Win-Win-Situation für die Community in dem Moment, weil so bin ich gezwungen, mich doch manchmal ein bisschen zu beteiligen und was Neues reinzubringen. Ja, ja. Aber es ist schon interessant, so einen eigenen Server zu haben. Also für mich war es selbst eine übelste Erfahrung. Also eine total coole Erfahrung, so zu wissen, was damit alles zusammenhängt und so. Ja, wie so ein Hahn rumgegockelt und gestockelt und Oh, ich bin gern. Hier bin ich. Ich bin da, ich bin da. Ja. Tatsächlich muss ich wirklich, wirklich sogar sagen, am allerliebsten wäre ich persönlich, auch rückblickend damals sogar, muss ich sagen, einfach sehr inkognito für mich gewesen und wäre einfach der Streamer gewesen, der sich einfach als Streamer selbst für die Community verantwortlich gesehen hätte. So weißt du, also dieses, ja, ich streame und ich, so wie auch andere das machen, jemand schreibt das bei Discord, ich beantworte die Frage, wenn ich sie weiß. Das machen ja auch nicht nur Admins, das machen ja auch so Leute. Und das, da sehe ich mich selbst am allermeisten. Also ich sehe mich selbst als am meisten einfach jemand, der gerne Fragen beantwortet von Leuten, nicht als einen Admin oder so, weil, ähm, ne. Also das, dieses, dieses Gefühl, ah, hier ist der Admin, das gibt einen nichts. Nichts. Also wirklich, du, du bist ja nur der Buhmann, also du leidest nur darunter. Also du hast ja nichts, du hast ja fast nur Negatives, weil einen guten Namen kannst du dir auch so machen, als, als Spieler. Also wenn ich irgendwo zocke, ich muss sagen, ich, ich freue mich immer. Ich werde immer begrüßt von Leuten und jeder, ach, bist du der Eddy, der, der vom Internet und ich, ja, bin ich. Also, da brauche ich kein Admin sein, also, ne. Das stimmt schon. Positive Rückmeldungen sind aber allgemein rar, ob Silkwood oder nicht. Das, äh, wenn, gewürdigt wird man erst, wenn man tot ist. Also, äh, davor wird eigentlich immer nur drauf rumgehackt. Deswegen hier an Elefoss Community einmal gerichtet, lasst doch mal ein netzes Wörtchen für euren guten Admin da, ja. Der, 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 wenn man überlegt, wir haben alle gemeinsam angefangen damals mit dem Projekt und er sitzt immer noch da und macht immer noch weiter Elefoss. Also das gehört wirklich, also jetzt mal ohne Spaß, das gehört wirklich Respekt, dass du das so durchziehst und dass du echt immer noch für die Community so da bist, ne. Also wirklich, ja. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und, äh, ja, an, an meine Community, wehr, lass keine Like da, ihr bekommt ein Instagram. Like. Das sehe ich genauso. Ähm, ja, wenn wir jetzt gerade schon so viel über, äh, Privatserbern so geredet haben, äh, hab ich da noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du jetzt mal so siehst, Silkwood hat sich ja wirklich, also, ich muss ja sagen, Silkwood ist ein ultra geiles Game eigentlich. Also, ich hab da auch letztes Mal schon mal drüber gesprochen und im zukünftigen Podcast werde ich mal über noch ein bisschen mehr darüber sprechen, so, ähm, was, ähm, ähm, was alles bei Silkwood geil ist, aber ich möchte auch gerne mal drüber sprechen oder wollte ich dich mal fragen, ähm, was würdest du sagen, ist so der Untergang von Silkwood gewesen? Also, was war ausschlaggebend dafür, dass Silkwood eigentlich so kaputt gegangen? Ist ja schon noch gut ausgedrückt. Also, es ist ja, also, die P-Server haben ja ihre Relevanz bekommen, weil, äh, die Leute eine Alternative gesucht haben. Ähm, ähm, mussten eine Alternative finden. Mussten, also genau. Was ist der Grund? Weil ich merke schon, du sagst mussten, das heißt, du siehst schon ganz klare Dinge. Also, ähm, also, ähm, also, warum es zugrunde ging, äh, hängt sicher von mehreren Faktoren ab, aber ein großer Teil ist natürlich schon, ich muss Geld investieren, um da drauf spielen zu können. Es geht gar nicht ohne, weil du kannst nicht, äh, zwei Stunden warten, bis du eingeloggt bist auf dem P-Server, ich logge mich kurz ein, äh, zock eine halbe Stunde, logge aus, mach sonst was, logge wieder ein, und so weiter. Äh, auf Mofi geht das nicht. Da brauchst du Prämen, sonst kannst du das nicht machen. Und das kostet, und dann musst du wieder Geld investieren. Klar, nicht viel, aber es summiert sich halt dann doch. Ähm, ähm, ich denke, die, die blockierten Servers sind sicherlich, äh, ein großer Faktor. Ähm, aber ich glaube auch von der Game-Mechanik, auch wenn das neue Job-System, ich weiß, du liebst es, äh, noch so geil ist. Aber, ähm, ich glaube, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, die Bots vorm Town zu, äh, blockieren mit den Blitz-Deeps. Oh, ja. Das hat, äh, so einen Riegel vorgeschoben, weil da hatte man zumindest noch Spaß mit den Bots. Ich wollte gerade sagen, wie traurig ist man, dass man eine Sache mit den Bots quasi als was Positives empfindet. Aber es war ja wirklich so, die Bots zu töten, es war so lustig. Ja, und die haben manchmal sogar ganz gute Sachen gedroppt dann. Also, von dem her, das, äh, das hat immer Spaß gemacht. Da stundenlang zu stehen und sich einfach attackieren zu lassen. Ab und an mal hat jemand mal den Wechsel vollbracht und dann ging es am gleichen Punkt. Verrückt, ne? Das haben echt Leute tagelang gemacht. Tagelang. Ja. Und da waren ganze Schlangen. Also, ich als Game hätte mich da einfach mal hingestellt und wann, wann, wann. Aber das Interesse dafür war nicht da. Klar, weil blockierte Server bedeuten mehr Geld, weil die Leute sich Premium kaufen. Und dann kaufen sich halt, anstatt 10 Leute Premium, kaufen sich 600 Leute Premium. Weil einfach, äh, auch wenn die schon das maximale Level erreicht haben, die brauchen das, um joinen zu können. Naja, also würdest du sagen, ähm, die, die vollen Server, ähm, waren Hauptproblem quasi, oder eines der Hauptprobleme, ähm, und dass man quasi gezwungen war, Geld auszugeben. Ganz genau. Also, jetzt Geld ausgeben nicht mal so, weil das ist ja eigentlich immer freiwillig, aber klar, wenn man sich irgendwo... Aber fürs Einloggen halt, ne? Also, Geld ausgeben müssen, um sich einloggen zu können. Ja. Ja. Also, ich mag es ja selbst auch gern. Und wenn ich jetzt wieder, äh, spielen würde auf dem Offi, wäre nicht das Problem. Aber ich habe genau deswegen einen Privatserver gemacht, um einen leeren Server zu haben. Und das hast du geschafft. Man muss immer alles positiv sehen. Also, von dem her, da gibt es jetzt... Ja, ich, 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 ich müsste echt mit mir ringen, wenn ich jetzt einen P-Server hätte, der aus allen Nähten platzen würde und ich einen neuen, oder einen zusätzlichen, äh, Platz schaffen müsste, damit neue Leute drauf kommen. Da würde ich mit mir selbst wahrscheinlich nicht mehr im, im Klaren sein können, oder... Ja, im, im Reinen sein, ja, ja, genau. Genau. Ja. Ähm, also ich muss sagen, wenn ich so, wenn ich so überlege, ähm, ja, die vollen Server waren schon auf jeden Fall eine Sache. Ähm, ich verstehe nicht, also wenn man das so sagt, dann verstehe ich nicht, warum, ne, die hätten ja auch machen können, viel weniger Kapazität, also war ja 3500 oder sowas, ne, dass man die Kapazität runterstellt, ähm, dass noch weniger rein können, aber halt dafür die ganzen Bots weg, so, ne. Und ich verstehe, die sind eine Rieseneinnahmequelle gewesen, die Bots, so. Aber, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht einschätzen, ich kann es wirklich nicht einschätzen, aber hätte Silbert nicht mehr Geld gemacht, langfristig gesehen, mit einem, mit Server, die, also mit einem Game, was so läuft, dass da die, die Spieler noch Spaß gehabt hätten, sich noch eingeloggt hätten, richtig, also, ich weiß nicht, da zocken, das Problem ist, was ich habe, um das zu beantworten gerade, ist, es zocken immer noch Leute da drauf, die botten zwar alle, aber da ist eine Community vorhanden, also, das sind nicht nur Gold-Selling-Sites, das macht ja keinen Sinn, also, Gold-Verkäufer, könnte ich einem Gold-Verkäufer was verkaufen, sondern, aber es gibt immer noch eine, ich denke sogar eine relativ große Community, die da so unterwegs ist, die wir gar nicht so bewusst mitkriegen würden, weil die echt nur für sich sind, die haben so ihre Trüppchen und so, äh, oder ihren eigenen Charm mit ihren 120 Leuten da rumlaufen, also, äh... Wenn du mal Alpha-Gilde bist, dann bleibst du Alpha-Gilde und dann bleibst du drin und, äh, und da finden sich die Leute und auch wenn da nur, ich sage jetzt mal, eine Kapazität von 3.500 Leuten auf einem Server, dann sagen wir mal, vielleicht sind 500 Leute auf einem offiziellen Server effektive Spieler, der Rest sind, äh, AFK-Bots und von den 500 Spielern, die effektiv, äh, drauf sind, sind es effektiv vielleicht physisch 100 Personen oder 120 Personen, weil jeder hat ein paar Charaktere drauf oder was auch immer. Aber diese, aber diese 120 sind voll drin, ich glaube, die sind richtig und die warten auch auf... Die bringen auch das Geld, weil der Server trägt sich auch schon bei weniger Leuten und von dem her, schon aus der Erkenntnis muss das einfach so sein, äh, dass die Server voll sind, dass die Leute gezwungen sind, Geld auszugeben, um regelmäßig spielen zu können. Ja. Weil ansonsten, wie ich, äh, noch weiß, als ich dir dann mal geschrieben hab, ja, äh, ich spiel jetzt auf dem Server, warte, ich log mal ein und zwei Stunden später, ja, ich bin jetzt drin. Ja, 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 ja. Und du bist mal disconnected. Ja, Katastrophe war das. Ja. Also, ähm, ja, um nochmal das zu versuchen zu beantworten, also ich, ich finde es super schwierig zu beantworten, weil für mich ist es, ist Silward komplett kaputt gegangen. Ich glaube, es gibt aber die Community, für die ist Silward einfach immer noch da, ganz normal. Ähm, letzten Endes würde ich aber schon sagen, dass ich glaube, dass Silward aber irgendwie doch mehr aufgeblüht hätte oder so, wenn die da mehr auf die, äh, auf die Community geachtet hätten und das hatte ich letztes Mal auch schon mal gesagt, ich glaube, wenn die Bots einfach nicht gewesen wären, ich glaube, wenn die Bots einfach nicht gewesen wären, dann hätten die Server so voll sein können, wie sie wollen. Ähm, die Leute hätten Geld ausgegeben für etwas, wo halt viel Interaktion stattfindet und so, ähm, ich, ich glaube, dann wären die Leute auch viel länger gewillt gewesen, Geld auszugeben. Also zum Beispiel ich, heutzutage, würde auf so einem Server nie wieder einen Euro nur da lassen, weil ich dann auf einem Server wäre, wo ich ja dann alleine für mich bin. Aber wenn ich jetzt mich einloggen würde, ganz neu jetzt gerade einloggen würde. Und da wären, sag ich mal 500, 600 Spieler oder so, die real da wären. Ich hätte immer das, ich hätte immer das Gefühl, ich könnte theoretisch gesehen nochmal starten wollen mit ein paar Freunden zusammen. Wir gehen nochmal rein, join irgendeiner Gilde. wäre schon, also wäre geil gewesen. Ich glaube, also ich, also für mich ist echt dieses Bot-Thema, ohne Bots haten zu wollen, weil ich mittlerweile ja diesen Makro-Bot sogar benutze. Also ich verstehe ja sogar mittlerweile, warum man es nutzt, ja. Ich hätte es nur trotzdem, muss ich sagen, also dieses massive Multiclean-Botten, finde ich, fand ich immer schon ziemlich, äh, ziemlich beknackt. Und, äh, dazu kommt einfach, ähm, hätten sie es halt einfach verboten, hätte es das einfach nicht gegeben, dann hätten, dass, dass der Anspruch an sich selbst werden ganz andere, die Leute hätten ganz andere, Anspruch an sich gehabt, ja, boah, ich glaube, das Game könnte so geil sein, dann, ja. Es wäre sicherlich eine größere Community da, aber die größere Community wäre nicht zwangsläufig, äh, profitabler. Ja. Dann meine Gegenfrage. Ja. Würdest du eine Möglichkeit sehen, dass Silkworld eine Wiedergeburt erleben könnte? Definitiv. Rein, rein von der Game-Mechanik her. Wäre die noch machbar im aktuellen Zeitalter. Glaube ich schon. Aufzupolieren mit einer neuen Engine, dass das einfach alles viel schicker aussieht, ähm, vielleicht das ein oder andere verbessern, aber rein das Gedankenprinzip. Also, äh, rein Silkworld selbst, so wie es ist, so, ne, definitiv, glaube ich wirklich. Ich glaube, wenn die ein bisschen was dran machen würden, so vielleicht ein bisschen an der, also, ne, die Grafik so ein bisschen was, äh, daran schrauben würden, vielleicht ein paar Movement-Sachen da mit reinbringen würden, aber so an sich, die Spielmechanik an sich, äh, wenn man da, äh, man muss natürlich Level-System-mäßig und so gucken, also, mir geht's dabei darum, dass es dann ein neues Silkworld wäre, ohne Bots und sowas alles, ne. Ich glaube, das könnte so geil aufgemacht werden, wenn jetzt jemand offiziell ist, wie Joymax, heißt ja nicht mehr Joymax, sondern irgendwie Remade-Max oder so, wenn die jetzt richtig groß ankündigen würden, äh, innerhalb ihrer Silkworld-Community, neuer, neues Game, ne, wirklich Silkworld 2.0, ähm, und dann da sogar hinschreiben, 100% keine Bots, äh, und, äh, sogar noch vielleicht dazu noch was schreiben würden, so, äh, keine Ahnung, drunter. Müssten die nicht, die müssten nur schreiben, Silkworld 2.0, ja, ja, ja. Start im Jahr 2030. Ich glaube, 90% von der, von der Spielerschaft von den Privatzeugen würde da abwandern. Alle, ja. Ja. Und das zocken. Alle nicht, weil, du wirst es nicht glauben, Silkworld spielen jene, die sich keinen neuen Computer leisten können. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber, äh, tatsächlich, ich glaube, ich glaube, viele würden auf den PS-Servern bleiben, also nebenbei, aber wenn wirklich Silkworld so so ein neues Game öffnen würde, so wie es einfach, ne, Silkworld nochmal neue Version, die würden nebenbei vielleicht auf den PS-Server botten, aber da, ich glaube wirklich, der, die würden die PS-Server-Szene komplett auseinandernehmen. Weil, ich kenne es nicht. Ich glaube aber, die, die Mechanik muss schon auch teilweise verbessert werden. Also, ich, ich glaube, die hätten Potenzial, da wirklich was rauszuhauen. Und wenn die das machen würden, das wäre die reinste Goldkugel. Ja, die müssten. Weil, man, man könnte halt wirklich viele neue Spieler auch dazu bringen, nicht nur die Bestandsspieler, die das Game schon kennen. Ja, ja, definitiv. Die müssten einfach so ein bisschen an, ähm, vielleicht an den, den Level-System nochmal schrauben, ein bisschen an den Quest-System. So, ne, aber Silkworld-Air hat ja schon extrem viel richtig gemacht, ne. An sich hat Silkworld-Air ja richtig, richtig viel richtig gemacht. Ich glaube persönlich auch, hätte Silkworld-Air von Anfang an, ähm, dieses ganze Botting-Thema und so weiter runtergeschraubt und dieses Makro-System eingeführt, ne. Äh, äh, dann hätten wir theoretisch gesehen ein geiles Silkworld haben können. Aber gut, ne, der Hase, äh, der, der, äh, ist weggehüpft, sagt man so, keine Ahnung. Es war auf einmal das Jahr der Schlange. Ja, genau. Aber, äh, ich glaube, wenn die wirklich da an den, am Quest-System nochmal ein bisschen was machen, das Jobs-System, hab ich auch schon hunderte Mal gesagt, das alte und das neue System kann man so gut kombinieren, ist, also wirklich, da wäre... Ja, wäre, das ist komplett einfach. Und das Potenzial der Quests in der heutigen Zeit, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Du könntest die autonom generieren lassen, pro Spieler. Ja, ja, mit KI, ja, ja. Ohne weiteres, die Kommunikation, da würde es richtig interessant werden. Ja, ja. Das wäre ja, ja. Ja, also, weil Silkworld bietet so viel und einfach, die brauchen, die müssen ja nicht viel lassen, also, man braucht ja einfach nur die Rüstung, die, die Waffen, die, die, die Areas, so, die, ja, das kann so bleiben, wie es ist, das ist geil. Vielleicht Downhang, so ein bisschen noch ein paar schönere, kleine, so Darn-Skelett-Ding, Darn-Skelett, so ein bisschen was... Größer, größer. Es müsste alles verdoppelt oder verdreifacht werden von der Größe, um dem heutigen Standort gerecht zu werden. Dann hat es noch mehr Open-World-Feeling und, äh, wird auf alle Fälle besser rüberkommen, aber im Großen und Ganzen bin ich da ganz deiner Meinung. Ja. Also, es hätte schon Potenzial. Es ist, muss, es muss zum Beispiel sowas bleiben, das gehört zu Server, dieses Massen-Monster-Schlachten, also, ne, ist das kein Game, wo du sagst, du tötest zehn Monster und jedes Monster ist voll, keine Ahnung, trotzdem extrem reduziert, sag ich mal, anstatt tausend tötest du hundert, aber diese hundert sind richtige Kämpfe, so, ne? Ja, du musst die hundert machen, aber dann noch zusätzlich zehn von den anderen, 15 von den nächsten und so weiter, also, da fällt mir immer die, die, die Tiger-Quest ein. Ja, ja, mit den Champions und so weiter. Genau, wo man die Champions nicht mehr findet. Auch. Das sind, sind die spannendsten Quests, die gibt's danach nicht mehr. Ne, und, äh, auch das ist ja, finde ich, ein System in Sigurd, was ja ruhig, richtig geil ist, ne, dieses normale Monster, Champion und Giants und dann auch dieses Party-System-Monster einführen, fand ich auch geil, ein supergeiles System. Also, ich finde, Sigurd hat so ein Potenzial und wenn die wirklich sowas machen würden, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, es wird so ein Mobile-Sigurd geben, ist jetzt gerade ziemlich, ziemlich stark in der Mache, ähm, aber so ein richtiges, richtiges, normales Sigurd. Es gab ja schon mal so ein Mobile-Sigurd, was vollkommen für ein, für die Katze war, aber es gibt jetzt tatsächlich, das heißt witzigerweise auch Sigurd Origin, glaube ich, und, äh, das ist echt eine normale Sigurd-Version, so wie wir es kennen, aber fürs Handy gemacht. Und von dem, was ich gesehen habe, von den Videos und von den Bildern, die man auf YouTube schon finden kann, sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, ich glaube nur, dass es zu klein aufgemacht, als dass es wieder was Großes werden könnte, weiß ich nicht? Ja, Mobile-Games halt, das ist halt eine emotionale Sache. Ja, ja, aber also wirklich, ähm, ich glaube so ein geil, also das wäre schon cool, also so ein offizielles, richtiges Sigurd, nochmal neu aufgemacht worden, so, wäre schon cool, wäre schon sehr geil. Ich würde, ich würde es feiern, ich wäre direkt da, also, ich, äh, habe ich auch mit dem russischen Sigurd schon gesagt, äh, ich zocke da und ich zocke auch immer noch da, weil es halt kein P-Server mehr ist. Weil ich, ich, diese P-Server-Community, das ist einfach, das ich finde, so schwierig, ne, die, ja, da habe ich jetzt viel, viel von gelernt, viel daraus gezogen, ja. Gut die Stanz reingebracht, so ist richtig. Ja, definitiv, ja. Ja, ja. Ja, mein Freund, es war, finde ich, sehr aufschlussreich, mit dir darüber zu sprechen, auch gerade aus der Sicht eines Admins mal ein paar Sachen zu hören, wie es ist, so mit einem kleinen Server und so weiter. Abschließend, um, äh, den Podcast damit quasi auch zu beenden, ähm, gäbe es irgendwas, was du anders machen würdest heutzutage? Auf Bas bezogen? Hm, auf dein Leben bezogen. Auf mein Leben bezogen, mit der Schule besser aufpassen und mich sehr viel früher mit, äh, gewissen, äh, technischen Sachen beschäftigen, um mehr Hintergrundwissen zu haben, um mich dann leichter zu tun, wenn ich, äh, die Idee hätte, so einen Server zu eröffnen. Ja, aber, äh, und, äh, auch Ede vorbezogen, gäbe es irgendwas, wo du sagst, das würdest du anders machen oder irgendwie? Ich, ich würde vieles, äh, mit reinbringen, wenn ich könnte, aber ich habe jetzt nichts, was ich anders machen würde. Möchte, weil ich es zwar, äh, weil ich es als Fehler betrachtet hätte, dass ich das so umgesetzt habe. Okay. Das vielleicht nicht, also, äh, bei mir sind es meistens die technischen Hürden, die da sind, wenn ich Lust habe, etwas zu ändern, dann ändere ich es. Und, äh, da bin ich dann nicht ganz so wie Origin, da halte ich mich dann schon eher an die Community und mache mal eine nette Umfrage, aber, äh, ob ich es dann umsetze oder nicht, hängt dann immer davon ab, ob ich das auch will oder nicht. Weil, äh, warum soll ich den Server, den ich eigentlich für mich selbst gemacht habe, äh, so, so ändern, dass er mir nicht mehr liegt und dass ich mich nicht mehr damit identifizieren kann. Ja. Und, äh, die war schon, äh, eher gut. Ähm, gewisse Aufgabenfelder hast du allerdings, äh, ausgezeichnet. Ah, das. Ah, das ist, ne? Ah, an der Stelle, liebe Freunde. Schreibt mir nochmal in die Kommentare einfach, wenn es was Verbesserungswürdiges gibt in meinen Streams, äh, in meinen Podcasts, ich sag schon Stream in meinen Podcasts und, ähm, äh, ballert mir das Kommentariat voll. Äh, ich danke dir, lieber Manuel, fürs Dabeisein. Okay, und, äh, und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei auf lf.eu oder auch bei mir auf swissbosca.ch. Ich, äh, streame da ab und an mal, jetzt in letzter Zeit eher wenig, aber das wird schon wieder kommen. Und, ja, wünsche euch noch schöne Zeit. Danke, Eddie, für die Zeit. Ja, ich danke auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, macht's gut. Ciao.